Na, dreht der Markt? Das sind die Fragen, die jetzt im Moment gerade viele stellen. Ich habe ja angedeutet, dass die aktuelle Bewegung, die wir hier an den Märkten sehen, eigentlich nach dem ersten Anstieg hier und der Fortsetzung, die so ein bisschen abzuflachen, droht. Ich bin schon ein bisschen hier frauseilend in der Zeichnung, aber man sieht schon, es ist flacher als das, was wir hier vorne haben. Das lässt vermuten, ich sage es mal so vorsichtig, dass der Markt ein bisschen Interesse verloren hat. Und wenn wir uns angucken, diese Bewegungsrichtung nach oben, die hier ja sowas von klar, sowas von eindeutig ist, sowas von überhaupt nicht in Frage stellt, dass die Aufwärtsbewegung die richtige ist. Irgendwie, wenn man hier mal diesen Aufwärtsarm, machen wir es hier, da können wir es noch besser vergleichen. Der vordere Teil, hier hatten wir eine kleine Korrektur, da angehe ich so, noch mal eine kleine Korrektur und das. Ich ziehe es mal zur Seite, damit das klarer wird. Das ist der vordere Teil gewesen. Und jetzt malen wir mal hier nach, wie die Bewegung ist. Einfach noch mal, um sich die Sachen so ein bisschen klarer zu machen. So auf das Wesentliche beschränkt, dann sehen wir, dass die Bewegung nicht nur, jetzt schiebe ich das noch mal zur Seite, dann können wir das ein bisschen besser vergleichen, in der Hoffnung, dass mir das jetzt gelingt. Aber der gute Wille zählt natürlich hier. Also, wenn ich das mal so ein bisschen vergleiche, das ist das, was wir jetzt im Moment haben, das ist das, was wir nach dem großen Rücksetzer hier hatten, nach dem Juno-Rücksetzer, ging es da schnell nach oben, dann sehen wir schon, so sieht eine tolle dynamische, eine bullische, eine starke, impulsive Bewegung aus. Und das ist hier das, was wir aktuell bekommen. Ein Hinweis ist, dass der Markt hier schon zur Seite wegdreht. Also, ich male das mal so ein bisschen, das ist eigentlich so, wenn der Kurs so ein bisschen abknickt, schon mal ein Hinweis. Das nächste ist, wir haben viel mehr Überschneidung, Überlappung, dass der Kurs den Vortrieb nicht mehr sucht. Und das ist kein Beweis, aber ein Hinweis dafür, dass der Markt zumindest mal ein wenig mehr strauchelt. So, womit kann man dann rechnen? Naja, wenn er strauchelt, dann muss man jetzt mal gucken, was die nächste Bewegung eben sein wird. Der Markt sucht nach Gründen für die Abwärtszeit. Ich höre immer wieder Feedback im Sinne von, ja, aber die Chart-Technik, die soll jetzt bestimmen, ob der Markt hoch oder runter geht. Nein, das ist natürlich völliger Humbug. Die Chart-Technik kann die Zukunft nicht sehen, aber die Chart-Technik kann die aktuelle Marktstimmung wiedererkennen. Und wir wissen alle, eine negative Nachricht in einem blöden Umfeld ist anders zu bewerten, als eine negative Nachricht in einem positiven Umfeld. Das heißt, es sind natürlich Informationen und Nachrichten, die die Märkte bewegen, aber wie stark und in vorzugsweise in welche Richtung, das hängt von der Stimmung ab. Und die kann man am Chart ohne weiteres eben ablesen. So, jetzt haben wir den Luxus, das wir erkennen, vorsichtig nach oben sind die Zweifler unterwegs. Und wir sehen im kurzfristigen Chart hier schon etwas, was ich gar nicht so unattraktiv finde. Ich sage mal jetzt mal ganz grob hier so die Abwärtszeit und jetzt so ein bisschen dieses ABC-mäßige. Das ist noch kein Hinweis dafür, dass wir jetzt alle auf Short wechseln müssen. Allerdings ein letztes Zwischentief, das was wir heute Nachmittag hatten, 14.30 in etwa, das könnte als ein möglicher Short-Trigger dienen, wenn man eben die Abwärtsseite hier mitnehmen möchte. Also wenn man sagt, komm, da fahre ich nochmal die Short-Seite im Sinne von, was, wie haben wir das immer gemacht? Schub in die eine Richtung und dann nochmal so eine ABC und dann die Verlängerung in diese Richtung. Das ist übrigens gar nichts Seltenes. Das hatten wir ja hier heute im Vormittagsbereich auch schon mal, nachdem wir nachts nach unten gekommen sind, hier dann nach oben gewackelt haben und zwischentief. Und der Kurs hat dann heute Vormittag gesagt, oh gut, dann machen wir das nochmal ein gutes Stück weiter. Also wir sehen, dieses Verhalten ist nicht untypisch. Wichtig allerdings, bevor jetzt vor Begeisterung gleich losgeschordet wird, bitte, bitte Trigger abwarten, das würde dann einen Hinweis, kein Beweis, aber einen deutlichen Hinweis geben, dass die Abwärtsseite wohl da tatsächlich noch eher en vogue ist und der Markt sich weiter nach unten konzentrieren will. So zumindest mal die bloße Theorie, die allerdings ja durchaus immer wieder ihre Bestätigung findet in verschiedenen Zeitebenen. Hier habe ich ein Beispiel im 5-Minuten-Chart, aber wir sehen ja ein ähnliches Beispiel hier auch auf 4-Stunden-Basis beispielsweise, wo wir zumindest, wenn auch weitaus weniger spannend, aber zumindest vorläufig dann nochmal die Fortsetzung nach oben gesehen haben. Also das Bild ist immer wieder präsent bis hin in Tagesebenen, wo wir sagen können, okay, solange wir ABCs mal nach oben rausnehmen, ist eine Fortsetzung durchaus nicht unrealistisch. Wir sehen, das ist im Tagesschart genauso wie im kurzfristigen Chart. Also hier keine ganz unspannende Geschichte. Wer Geschichten wie diese sucht, der ist mit dem Trade des Tages unter Umständen ganz gut bedient, denn da stellen wir immer wieder verschiedene Trading-Ansätze und Methoden vor. Heute haben wir eine auf ein Zahlungssystem-Anbieter und wir wissen, die sind ja im Moment sehr spannend. Also wer sehen will, was sich da eventuell tut und was man hier für Möglichkeiten hat oder einfach unabhängig davon, welchen Titel wir dort angucken, einfach nach Ideen sucht, wie man sich dem Markt nähern kann und wie man da seinen Handel aufbauen kann, der kann sich das völlig kostenfrei nach Anmeldung eben freischalten lassen und hat dann Zugriff auf unsere ganz konkreten Handelsideen. In diesem Sinne wünsche ich für heute jetzt erstmal alles Gute, viel Erfolg an den Märkten und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin alles Gute. Bis dahin alles Gute.